Gruppe hinzufügen Eine Sparte zurück, eine Sparte vor Figurenmenü öffnen Hm, das könnte ich versuchen Ah, sehr gut Das macht die ganze Sache noch ein bisschen einfacher Hier sind ja noch ein paar Bärenbüsche, die abgesammelt werden können Und dann sollten wir wahrscheinlich dem Weg auch folgen Vielen Dank Vielen Dank So, sind jetzt... Na, sind noch nicht alle ausgeschlafen. Tu futter noch was. Dann sollten wir sie noch mal futtern lassen, nachdem wir alle zum Pennen geschickt haben. Die Höhle der Offenbarung heißt die Mission. Muss ich, würde ich mir nur mal merken. Ja, hier gibt's hier so etappenweise Beeren, wo sie was essen können. Okay. 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 Ja, ich sollte nur ein bisschen mehr drauf achten, wer hier ist. Okay, geht ihr mal weiter. Du gehst... ...nochmal zurück. Ist hier was. Also ab und zu sollte ich sie gezielter essen lassen. Ach ja, und ich kann hier wieder einen Save machen mal. Das kann nämlich jederzeit sein, dass ich mal auf eine Gegnergruppe stoße, die dann doch ein bisschen zu stark ist. Ja. Ja. Äh, wo jetzt lang? Ich habe das Gefühl, das könnte hier hinten zurück führen. Also gehen wir mal tiefer hinein. Hier ist zwar wieder grün, aber das muss jetzt nichts bedeuten. Okay, da läuft ein Indianer rum. Falle oder? Falle. Falle oder? 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 Quelle freigemacht. Das war einfach nur Sarkasse und Zeitverschwendung. Okay. Macht nichts. Wir wissen, wo es auf der anderen Seite Nahrung gibt, wenn wir irgendwann mal hier drüben hinkommen sollten. Und ja, ich muss selber zugeben, Kriechmissionen liegen mir nicht so sehr. Weil die können langwierig sein, schwierig und dann auch noch deprimierend. Okay. Deswegen wundert es mich nicht, dass sie in Cultures 1 sowas eingebaut haben. Zumal der erste Teil jetzt nicht so sehr drauf ausgelegt ist auf solche Kriechmissionen. Was sagt die Nahrung? Oh Gott. Das war wirklich Zeit- und Nahrungsverschwendung. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das hier der richtige Weg ist. Das war wirklich Zeit. Das war wirklich Zeit. Das war wirklich Zeit. ok der untere weg könnte uns zur nahrung führen naja na ausknapp halt auch wenn ein paar gegner da rumgammeln sogar schön viel nahrung gut sehr schön viel nahrung ja 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 lassen wir sie mal voll futtern ja 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 So, der eine schläft noch, die drei können ruhig hier noch mal essen. Du schläfst noch, die anderen drei sollten allerdings noch mal essen. Ihr drei auch ruhig noch mal essen. Hier sieht's mit Müdigkeit aus. Ach herrje. Du bist noch recht hungrig. Du sollst noch was essen. Soll ich gleich noch mal was essen? Du isst. Du nimm was zu essen. Und du nimm was zu essen. Wie sieht's jetzt bei den Leuten aus? Du könntest immer noch Naps vertragen. Du legst dich schlafen. Du legst dich schlafen. Und du legst dich schlafen. Ach herrje. Werden wir jetzt verfolgt oder vertrollieren die? Das ist eine gute Frage. Gut. Ich speichere jetzt hier aber erst noch mal über den nächsten Spielstand drüber. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich. Weil ich sage den Griffstück und mache dann weiter mit dem folgendor folgen. Weil ich denke, ich nehme das scr Cause da, nicht nur Videos her.